Ich wurde 1933 das erste Mal verhaftet, beim Flugblattverteilen in der Heimatsiedlung, an der wir vorhin vorbeigefahren sind. Und da waren wir vier, vier Mann, das heißt drei Jungs und ein Mädel, wir wurden von der SA verhaftet und ich war überzeugt, wir werden in der Nacht abgeknallt. Also so wie die Atmosphäre damals war. Aber irgendwie geschah ein Wunder. Die marschierten zwar mit uns in Richtung Stadtwald zunächst, wo ja nichts anderes zu erwarten war als eine Kugel in den Kopf. Und aus irgendeinem Grund machten sie plötzlich Kehrt und zogen mit uns zurück in ihr Sturmlokal in der Mörfelder Landstraße. Und da habe ich dann bewusst provoziert, damit sie sich von dem Mädel nicht auf das Mädel konzentrierten. Und stand dann, aber da war ich so, wie soll ich sagen, so konzentriert darauf, das Mädchen zu schützen, das für Angst überhaupt keine Zeit war. Dann stellten sie mich, weil sie mich als den Anführer hielten, der ich gar nicht war, mit dem Gesicht in eine Ecke. Und einer hielt mir die Pistole hier an den Kopf und wollte also von mir wissen, wer uns die Flugblätter gegeben hatte. Also ich habe keine Angst gehabt in der Situation. Jedenfalls, sie haben nichts rausbekommen. Und da habe ich also Angst, habe ich dann erst gekriegt, als ich im Polizeigefängnis in der Zelle war. Nicht, als diese Spannung weg war und ich dann darauf wartete, dass sie mich zur Gestapo holen. Ich habe das ja in meinem Buch geschildert. Ich habe also eine solche Angst gehabt, dass ich mir gesagt habe, also du lässt dich nicht erst den Fetzen schlagen. Du sagst, was du weißt und dann hängst du dich auf. Als Verräter kannst du ja nicht weiterleben. Auf die Idee, dass man sich auch vorher aufhängen könnte, bin ich gar nicht gekommen. Das zeigt also, wie völlig aus der Fassung ich war. Und dann ging die Türe auf, das war schon um die Mitternacht. Karle brach mitkommen und dann führte der mich, ein Polizist, war ein Kopf größer wie ich, führte der mich runter ins Vernehmungszimmer, schob mich da rein. Und ich blieb gleich mit dem Rücken an der Wand stehen, um möglichst weit von der Gestapo weg zu sein. Und am Tisch saß der Gestapo-Kommissar Rühlemann, neben ihm lag ein Gummiknüppel, daneben eine Schreibmaschine und da saß sein Assistent, um zu schreiben. Und auf der gegenüberliegenden Weint, also hinter dem Rücken des Gestapo-Kommissars, war eine Wanduhr. Die tickte so. Und der guckt von den Akten auf. Sagen Sie mal, sagte noch sie zu mir. Ich sage, Herr Kommissar, wollen Sie mich vernehmen? Ja, natürlich. Ich sage, schauen Sie mal dahin. Der Idiot dreht sich tatsächlich rum. Ich sage, sehen Sie die Uhr? Es ist 12 Uhr. Es ist Mitternacht. Jetzt schlafe ich. Sie wissen ja, wo ich wohne. Von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends können Sie mich vernehmen. Und dann, der ist mit dem Arsch schon halb vom Stuhl hoch, greift nach einem Gummiknüppel und sagt dieser Spießer, ich muss ja jetzt auch hier sitzen. Ich sage, Sie kriegen Gehalt und ich kriege Knast. Da fängt der Kerl an zu lachen. Raus! Und da geht hinter mir die Tür auf. Der Polizist hatte gehorcht. Greift mich am Genick und zieht mich raus, knallt die Türe zu. Und ich gehe vor ihm die Treppe wieder hoch. Und da sagt er, und dafür habe ich Sie jetzt rausholen müssen? Ich sage, da fragen Sie den da unten, aber nicht mich. Also so wechselte Angst und Frechheit nicht planmäßig. Aber in dem Moment, wo ich also noch entschlossen war, ich sage jetzt alles, in dem Moment, wo die Tür aufging, war die Angst plötzlich nur noch Wut. Die Schweine, die werden auf mir nichts rauskriegen.